Ja, Christopher Brück bei der elften Auflage, VLM Fanpage Card Event, als zweifacher Sieger zuletzt hier in Eupen angetreten. Ich denke mal, der Druck war schon enorm hier heute Morgen bei der Anreise, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich auch wieder ein gutes Los. Ich hatte wieder drei, vier gute Jungs. Aber jetzt am Ende waren wir einmal zu viel in der Box. Wir hatten irgendwas am Kart, ich weiß es auch nicht genau. Deswegen sind wir jetzt zurückgefallen. Wir waren eigentlich die ganze Zeit unter den Top 3. Jetzt sind wir irgendwo, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall relativ weit hinten. Schade, aber wir haben ja noch ein zweites Rennen. Ansonsten, die Kartbahn im Vergleich von vor zwei Jahren ist ein bisschen umgebaut worden. Wie gefällt dir diese neue Streckenvariante? Ja, die machen eigentlich immer schöne Strecken. Also ich finde immer, alles was die hier machen, auch die Anlage ist toll. Und wir haben ja viel Platz hier, da kann man mit der Strecke viel variieren und macht riesig Spaß. Anstrengend auch. Also es geht schon auf den Körper, aber macht auf jeden Fall super viel Spaß. Du bist auch von diesen elf Auflagen relativ häufig vertreten gewesen hier bei diesem Card Event. Was macht für dich den Reiz dieser Veranstaltung aus? Es ist einfach ein schönes Abschluss-Event. Man sieht nochmal alle seine Kollegen, seine Rennfahrerkollegen und dann halt die Fans, die das so ein bisschen steigern, will ich nicht sagen, aber da halt dabei sein wollen und mit dir zusammen den Tag verbringen. Und das ist einfach eine schöne Sache und da bin ich immer gern dabei. So ein Card Event ist natürlich auch schon mal so ein Zeitpunkt. Wir sind Anfang November für in die Zukunft zu schauen. Gibt es schon irgendwas, was du hinsichtlich 2020 uns schon mitteilen kannst in der Richtung? Ich habe gedacht, wenn ich heute das dritte Mal gewinne, wollte ich eigentlich aufhören. Aber da das nicht passieren wird, muss ich mir was überlegen. Nein, im Winter ist jetzt die Zeit November, Dezember, Januar, wo man dann mit den Teams spricht. Und ich hoffe, dass sich für nächstes Jahr was Vernünftiges ergibt, ein vernünftiges Paket. Dieses Jahr war es nicht ganz so glücklich für mich und deswegen hoffe ich, dass da nächstes Jahr was Gutes drin ist. Dann drücken wir dabei die Daumen und viel Erfolg noch heute weiterhin hier in Eupen. Danke, danke.